Was geht ab, Schnecken Schuss Freunde? Weiter geht's mit dem nächsten Gameplay Part 2, The Last of Us 2. Yo, unterwegs mit Ellie auf der Suche nach Abby. Das reimt sich. Mhm, super. Zur Straße. Was, wie kommt sie hier hoch zur Straße? Hat sie das gerade gesagt? Yo. Aber die ist wahrscheinlich da hinten, hier durch den Tunnel. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh. Wenigstens hat jemand seinen Schnaps vergessen. Ups. Wobei dieses Boot... Ja. War ja am Aquarium. Und das heißt, die ist doch weggesegelt damit. Denk ich mal. Abby. Ja. Ja, und ich denke auch, dass der Brief von der Abby war. Sie hat ja schließlich vom Lef erzählt. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Also nehme ich mal an, dass der Brief von ihr war. Die Frage ist allerdings... Wem hat sie den bitte geschrieben? Toten Owen. Was würde der denn was mit dem anfangen können, oder was? Nö. Was? Keine Ahnung. Trauerüberwältigung oder so. Nö. Nö. Spring. Hier? Nö. Was? Ein Ausblick. Ach krass, da hinten ein Delfin. Hä, wo? Ach, hab ich mir grad mal eingebildet. Echt. Echt. Was denn? Okay, hier nicht. Hier auch nicht. Oh man, mach das doch mal ein bisschen anständiger. Mir wird schon schlecht. Warum? Dann mal los. Hä? Wir gehen doch schon die ganze Zeit los. Ja, aber echt. Was ist denn los mit der? Bläh, oder was? Willen sitzen? Nö. Okay. Du hast gesehen, ey. Wie ich da hingejumped bin. Super. Toll. Juhu. Ich bin hier und nach Santa Barbara reingeht's. Dalla. Okay. Hau rein. Oh oh. Was? Ich glaub, da sind ein paar Jungs unterwegs, da hinten. Hab grad einen gesehen. Ich hab grad auch irgendwas. Ah. Ah, so ein Runner. Die da. Oh oh. Ah, clickies. Habe ich noch Messer, Elle? Aber ich brauch ja bei Ellie gar keinen. Äh, Ellie. Mann, die Narben sind aber auch zum Verwechseln, hm? Die sind wirklich sehr ähnlich. Also, zumindest klingt's irgendwie fast immer so. Ach ja. Mach's gut. Gut. Yes. Nummer eins. Ich hör doch was. Im Haus drin, wahrscheinlich. Der Klicker. Ich glaub, erst mal den hier plattmachen. Hm. Okay. Könnte mir sonst gefährlich werden. Mhm. Ich erschreckt die Sau. So. Ja. Ui. Oh nein. Nein! Nein! Oh! Stalker! Muss da weg? Dreckstau! Die sind echt... Verschwinde da! Wow! Shit! Kiki! Oh, ist kalt! So ein bisschen hoch! Okay! Ach, ja... Scheiß Stalker, ey! Mag sein, aber ich find die echt cool! Cool, ja, ich weiß! Wo? Oh, nochmal, sehr schön! Okay! Wo ist sie denn? Die hat das so rumgeplärt gerade eben! Keine Ahnung, wo es ist! Irgendwo wird's schon sein! Ich sammle mich erstmal durch! Mhm! Lalalala, oh! Alter! Oh, oh, oh! 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 Alter! Was denn mit denen? Mann! Echt, die größten Penner hier! Okay! Weiter! Schon ein bisschen biestiger! Weil den kann man die kaum... ...m Hammer kaputt hauen! Oh, shit! Tja! Kann ich meinen Haube modifizieren? Hä? Warum? Yeah! Damit ich so ein Stalker demnächst... ...einfach eine überbraten kann! Okay! Okay! Who's with this? Und wo die esther... Wenn ich jetzt mal dem LKW geguckt? Nein! Danke für den Hinweis! Na ja, findet sich immer was, ne? Hm, schöner Brunnen. Nur zur Hälfte. Mhm. Hm? Oh. 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 Da oben, oben, oben. Ja, da. Oh. Oh, 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 oh. Huh? Hm. Der ist schon mal platt. Mhm. Hat er was da gelassen? Boah. Yeah. Alter. Weee! Nee! Oh. 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 Vielleicht komme ich hier durch. Vielleicht, aber auch nur. Oh. Ne. Ich behalte meinen Hammer da. Oh, die Sammelkarte. Ganz wichtig. Mhm. Mhm. Hm. Willst du runterjumpen? Hast du alles durchgeguckt? Ja. Ja. Okay. Okay. Geronimo. Bleh. Gott, wird mir der immer schlecht. Okay. Was, wo, wer? Oh, das ist ein Bloater. Holy shit. Heißen die so? Ja, ne? Boah. Boah. Das ist dann wohl bestimmt der Herr des Hauses gewesen. Huh? Oh, ja. Der sich dachte, nö. Ich bleib hier. Kavans. 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 Oh. Oh. Zwei, zwei, zwei. Oh mein Gott. Zwei. Scheisse, wo kam der her? Oh. Oh oh. Oh, Dreckstau. Das ist dann wohl die Frau des Hauses. Oh fuck. Oh oh oh. Dreckst du! Shit! Dieser Kacke! Arschloch! Noch einer! Oh! Oh! Wow! Oh! Blöde Penner, ey! Das waren dann wohl die Kinder des Hauses? Wahrscheinlich. Pah! Freunde! Dann! Dann? Na dann, dann! Sagst du nichts mehr! Toll! Weißt du, da macht's das schon spannend und dann sagt sie nichts! Bin ich nicht so toll! Was ist los mit der? An und für sich ja schon ein schönes Haus, oder? Ja, vor allem hier mit diesen ganzen... Mhm. Ja. Exklusivitäten. Mhm. Das macht's besonders. Kriegt man nicht überall? Nee. Hallo? Hm. Oh, ein Werkzeugtisch! Ja. Mhm. Okay. Kapazität. Nicht. Hier noch. Ah. Kein Geld. Rückstoß. Hier, sonst die nicht so oft. Hier, sonst die nicht so oft. Schick! Besser ins Gelick. Geupgradet! Oh, ich sollte mich vielleicht mal heilen. Oh, kann ich das eigentlich schon verbessern? Alter! 136 PIN! Schnellere Fertigung. Schalldämpfer. Schnellere Zähbewegung. Hm. Hm. Du musst sowieso erst nach und nach alles machen. Ich weiß, aber ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Hier hab ich ja alle. Mach doch einfach, ist doch egal. Oh, bumm. Da, Medikids. Geht noch nicht. Du musst das oben drüber erst machen. Ja. Okay. Wundervoll. Oh, wohin? Hier raus, hm? Ich nehm's mal an, ja. Wo bin ich? Hier muss doch eine Straße sein. Hier muss doch eine Straße sein. Zwei, vier, zwei, fünf, Constance. Hm, okay. Ich muss sagen, haben sie schon geschickt gemacht. Nach dem Video, wo sie da war mit dem Kind und der Diener, dachte ich eigentlich, das Spiel ist eigentlich so gut für fertig. Jetzt läuft's ja doch noch ein bisschen. Fällt mir ganz gut. Ja. Gar nicht schlecht. Sie muss da unten sein. Ähm. Oh. Hui. Voll abgeslibert. Yeah. Äh. Ne. Ne. Ich glaube, ne. Stürzt du dann voll runter? Das würde ich nicht machen. Vielleicht kann ich hier irgendwo lang laufen. Ne. Ach. Was für ein Scheiß. Sag nicht, ich muss hier voll außen rumlautschen. Mhm. Links. Links. Na nicht. Hä? Hm? Wo? Da hat jemand Bauchweh. Ah, da unten. Hörst du's? Ja. Hallo? Zwei Stück. Da ist noch einer. Wo? Ah. Links war auch noch einer. Ist da lang gelaufen. Und hört nichts mehr. Uah. Oder vielleicht sah es auch nur so aus. Was? Höchst wahrscheinlich. Halt. Sorry. Gesundheit. Es kitzelt. In der Nase. Okay. Can we should do it? Yeah. Woah. Freunde. Oh, fxuck. Holy shit. Oh nein! Upsi! Oh Gott! Wir sind für heute nicht gut sein lassen. Ja. Hol das Ding runter und erneuern. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Alter! Haha! Nein, 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 alles gut. Alles gut. Fuck. Was gibt's da zu lachen? Haha. Du hast sie in die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Los! Wenn es zu komisch, hä? Was ist lustig? Ja! 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 Oh! Danke, Scheiß! Fuck! Scheiß! Hahaha! Du sagtest Abby. Du suchst eine Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eingeschnappt. Was ist schon ein paar Monate her? Oh! Achso! Blond! Hat Arme wie ich? Da sind Jungen dabei! Mit Narben am Mund! Ja! Ja, das ist sie! Lass mich gehen! Und ich sag dir wo sie ist! Du kannst sie finden bevor die Infektion sich ausbreitet! Rede! Sie steckt in deiner Zelle! In unserem Lager! Was ist das? Die Brustale! Bis zu den Schienen! Dann kommst du zu einem Restaurant! Wir halten sie in einem großen, runden Haus! Wir halten sie in einem großen, runden Haus! Ich schwör's! Oh! Killerin! Ja, Ellie wäre nicht Ellie, wenn sie nicht blutüberströmend rumläuft! Richtig! 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 Oh je! Bisschen viel Blut verloren, ne? Oh, das gibt ne Infektion! Fuck! Hier drücken! Geht ab und weg! Ich geh nicht zurück! Waffe! Waffe! Ich geh nicht zurück! Gott verdammt! Waffe! Scheiße! Waffe! Boah, geil, neuer Knall! Uäh! Schei gedämpfte Maschinenpistola! Yeah! Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt es dir verdammt noch mal Tote. Uh. Mhm. Die haben einen Hund hinten dabei, zur Info. Ne? Also, wenn du lautlos killen kannst, solltest du die Autos nutzen, die da rumstehen. Okey dokey. Yes. Ein bisschen Krabbel-Action oder sowas. Ja, ja. Ich mach schon. Ich hab grad so ein Blickzeichen gegeben, so mach schon. Ne? So. So. Ja. Mimimimimi. Uuuh. Uiuiui. Nummer 1. Ist erledigt. Mhm. Eliminiert. Ah ja, da wartet schon Nummer 2. Oh. Komm, 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 komm. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh. Tschüss. Uh. Jetzt hörte ich ihn mir so... Okay. Okay. Schrecklich an, wenn die... Oh, Mann. Da ist er mit dem Wauwau. In der Wauwau, die schnuffelt, viel Vergnügen. Kann ich hier hinter? Jo. So. Na. Hm. Oh. 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 Die Waffe ist ja krass. Schall gedämpft. Geil. Echt gut? Tschüssi. Haha. Leider habe ich nur noch 10 Schuss. Oh oh. So wie hat einer ein bisschen Muni für mich? Große Gruppe. Oh yeah. Damit du sie töten kannst? Mhm. Anscheinend. Na ja, was heißt anscheinend? Visier. Ach ja. Snickers. Ja. Oh, sehr schön. Sprengstoff. Yeah. Oh, voll. Mhm. 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 Oh, hier war mal Action. Ja, ist da auch rausgeflatscht. Oh Gott. Es sah gerade aus, als hätte die Kacke sich selbstständig gemacht. Ich habe ich mir nicht vorgestellt. Aber schön, dass du dir das vorstellst. Mhm. Mhm. Ah, da hinten läuft er noch rum. Da. Und da. Zwei. Rattler sind das. Oh. Komm schon. Oh, oh. Oh. Yeah. Tschüss. Okay. Komm her. Das Weile ist, dass die immer ein Messer dabei hat. Ja, perfekt. Das war knapp. Das war knapp. Ich könnte mir ja vorstellen, dass diese Rattler, wie sie sich nennen, dass die Allie und die Abby vielleicht sogar zusammenarbeiten dann. Meinst du? Ja. Weil man weiß ja nicht, wer die sind, diese Rattler. Also sie sind ja eine neue Gruppierung. Da die nicht mit, also da sie ja mit keinem zimperlich umgehen, sind sie ja beide eigentlich bedroht von denen. Könnte sein. Ja. Nein, du blöder Hund. Hm. Es hat hier noch einen erwischt. Wir müssen das beenden. Ah. Oh oh. Ja, komm schon. Fuck. Oh oh. Achtung. Oh oh. Achtung. Achtung. Das ist so eine Scheißwaffe. Wo nimmst du sie dann? Keine Ahnung. Ich weiß, dass du da bist! Ja, ja. Ich auch. Hi. Bitte. Bitte. Du musst... das doch nicht tun. Okay. Bens! Alter Verwalter, ey! Boah! So gefällt mir das. Boah, wie skrupellos, ey. Noch mehr? Noch mehr? Ja, genau. Wo seid ihr? Was? Meine Seite? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Halt! Ja. Du nimmst doch auch. Es liegt ein bisschen blöd beieinander. Jetzt. Ah, da liegen kleine Goodies im Schrank. Hier im Schrank liegen Goodies? Rechts. In der Vitrine. Glasvitrine. Ah. Ja. Die da, ja. Der lag vorhin auch noch ein Riegel, aber wir waren voll mit... also voll gewesen mit Gesundheit, deshalb hab ich mir gespart, dann was zu sagen. Okay. Ja. Jo. Hm. Hm hm. Boah. Hm hm. Nö, ich glaub mir auch's... Mhm. Yo! Alter! Oh mein Gott. Das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und gucken, wie wir da reinkommen. Danke fürs Zuschauen und tschüss!